Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Supermarket Simulator. Ich habe jetzt da draußen mal die ganzen Kartons weggeschmissen, weil es könnte nämlich auch sein, dass die Kartons, die hier rumstehen, diese Bildhänger verursachen. Von daher habe ich die jetzt mal weggeschmissen. Ich bin mal gespannt, weil ich bin ja noch am Sammeln hier, dass ich mich vielleicht irgendwann einmal da oben auf das Haus hochbauen kann. Ich möchte es mal probieren, aber wenn das natürlich hier weiter ruckelt, dann werde ich natürlich auch die wegschmeißen, aber probieren würde ich es gerne mal. Ich habe schon mal versucht, hier oben auf diese Feuerleitern zu hüpfen, aber das funktioniert nicht. Da ist irgendwie so eine unsichtbare Wand oder so, also da kommt man nicht hoch. Hey, überfahre mich nicht. So, das einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, am Ende vom letzten Part, der ja auch über 50 Minuten ging, habe ich dann festgestellt, ich habe jetzt einfach nur mal diese Sachen hier nachbestellt, dass da mal ein bisschen gefüllt wird und das war es dann eigentlich schon. Also habe ich es noch ruckler. Was ich festgestellt habe, ist, wenn man sich reinlädt ins Spiel, also neu lädt das Spiel, dann kann man tatsächlich doch die Kartons, die hier drin sind, auch mal wegstellen, auch mal auf die Seite stellen, was ich auf jeden Fall sehr gut finde. Und von daher können wir jetzt dann weitermachen mit dem Umräumen. Hier habe ich noch mal auf die Lizenzen geguckt, also es kommt hier nichts mehr dazu. Von den Sachen hier, so Brot oder Reis, Nudeln, irgendwie sowas, kommt nichts mehr dazu mit den nächsten Lizenzen. Von daher werde ich dieses Regal hier vorne nutzen für das Öl, dass die da drin sind und hier mache ich jetzt erst mal, ja, die Soßen. Also das soll dann hier reingeräumt werden. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich, ja gut, ich muss das jetzt selber leer machen, weil sonst kommen die nämlich wieder angestopft, deswegen habe ich nämlich die Kartons auch rausgestellt, dass ich die hier im Grunde auch leer machen kann und dann gleich wegwerfen. Ne, da kommt es ja nicht durch, so. Die Kassen habe ich ein kleines bisschen umgerutscht. Die Dinger sind eh fast leer, ne? Die Kassen habe ich ein bisschen umgerutscht, weil ich nämlich mit den Eistruhen noch mit an die Kassen ran will, aber das machen wir dann auch gleich. Ich habe bloß kein Geld, ne? Für die... Das ist tatsächlich alles weg. Alles weg. Alles raus aus dem Regal. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie viel das Zeug kostet. So, hier sind auch immer noch Angefangene mit dabei. Aber ich denke, Mayo, Ketchup und dann eben die scharfe Soße und dann passt das doch. Schauen wir mal, vielleicht bleibt da ja sogar was übrig. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich da noch drin habe. Aber ich denke, da kommt auf jeden Fall was ins Regal. Dann haben wir da auf jeden Fall ein bisschen an Vorrat noch. Moment, bevor du das jetzt rein tust, stell das nochmal weg. Weil nett, dass ich hier angefangene Packungen habe. Genau. Dann verräume ich nämlich erstmal die hier. Ja, und das sind auch nur noch vier. Dann ist das gut. So, jetzt darf ich nur nicht den Karton ins Lager schmeißen, wenn ich hier noch nicht gelöscht habe. Von daher mache ich das jetzt mal schnell. So, dann kannst du nämlich weg. Auch ein angefangener. Und für das da drin. Nur vier Kartons. Äh, vier Stück und da ist eine ganze. Okay. Das heißt, das Regal geht auch nicht ganz voll. Ups, da war schon wieder. Ich glaube, ich muss die Kartons wirklich weghauen. Und ich muss das vergessen mit dem Turmbau. Wobei ich es natürlich gerne ausprobieren möchte. Das ist klar. So, dann hätten wir hier die Ketchups. Öl passt ja, glaube ich, da nicht rein. Doch. Holla. Aber Moment. Nicht, dass der da kommt mit einem Öl. So, und dann würde ich nämlich hier Sonnenblumen und hier würde ich dann dieses Olivenöl rein tun. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da noch was drin habe. Ja, da ist noch was drin. Gleich löschen. Jawohl. Füllen mal auf. So, und dann schnappen wir uns gleich noch das hier. Vielleicht ein wenig umständlich, aber taucht mir schon. So, und bei den Müsli's, da würde ich so was wie die Kuchen da noch mit dazu machen. Ich habe aus Versehen auf T gedrückt. Hermann, sorry, es kam jetzt mal wieder die Frage nach den Mods, wie ich denn das installiere und so weiter. Da bitte ich euch wirklich, schaut euch das Video von Sachsen Let's Play an, weil der erklärt das eigentlich recht gut. Und wenn ich mich da in der Früh hinsetze und das Ganze dann nochmal erkläre und beschreibe, ich sitze eh schon eine Stunde, um die Kommentare überhaupt zu beantworten. Also von daher, danke, wenn ihr da einfach mal rüberschaut. Ihr könnt ihm ja mal einen schönen Gruß von mir reinschreiben, weil bisher hat er nicht reagiert auf die Erwähnung. Ich habe ihn ja auch verlinkt und so weiter. Aber ich habe ja schon mal gesagt, also wenn du irgendwann nochmal so um die 100.000 Abonnenten hast, dann ist es wahrscheinlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, überhaupt noch auf Kommentare zu antworten, weil das einfach dann megamäßig viel ist. Aber ich bleibe dran, so lange und so gut wie es geht. So, dann würde ich nämlich hier diese Kuchen reintun. Wir haben zwei Kuchen. Ja doch, die Kuchen oder den Zucker? Zucker würde natürlich auch passen. Hier muss ja noch ein Regal her. Wir bestellen jetzt nochmal noch Regale. Ein bisschen Geld haben wir ja noch, 615. Ich bin auch mal gespannt, weil es hat geheißen, dass die Rechnungen, ich bestelle jetzt gleich drei Stück, dann sind wir hier auf Null, dass die Rechnungen für die Mitarbeiter immer am Abend abgezogen werden. Ja gut, aber dann habe ich ja das Geld am Abend. Das ist ja dann kein Thema. Ich habe jetzt gedacht, dass ich vielleicht ins Minus rutsche oder so. Aber wir haben ja schon den neuen Tag. Insofern wurden die natürlich schon bezahlt. Halt, warte mal. Was machst du? Das hier weg. Das soll dann hier rüber. Geht's her. Dann kommst du nämlich da hin. Ich weiß jetzt nicht, ob es von der Sortierung sinnvoll ist, aber ich habe irgendwie jetzt auch keine andere Idee, wie ich es anders machen könnte. Jedenfalls die Müslis, die sollen... Oh, warte mal. Wir haben doch nur drei Müslis. Es kommen doch da auch, glaube ich, gar keine mehr hinzu. Gehen wir gleich auf Produkte. Ich glaube, Müslis oder so. Wir haben zweimal Bücher. Also das werden eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Regale wahrscheinlich mit Büchern. Wir haben noch Reiniger und Katzenfutter und Hundefutter. Das kommt ja da, glaube ich, da unten auch nochmal irgendwo, oder? Nee. Aber es kommt nochmal Kuchen hinzu. Kuchen, Schoko, Zucker, Joghurt. Der Zucker wird wahrscheinlich zu dem anderen Zucker dann dazu passen. Reiniger ist recht viel. Hm, Kuchen, Kuchen. Okay, wie viel Kuchen haben wir denn? Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann sind es eins, zwei Nuss-Nougat-Creme. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich zähle das jetzt mal mit als Kuchen. Drei, vier, fünf. Fünfmal Kuchen. Wenn ich, wenn ich jetzt richtig liege, dann könnten wir hier, also Müslis kommt keins mehr, dann könnten wir hier die drei Müslis rein tun. Und dann hätten wir hier für sechs Kuchen insgesamt, ja aber das ist dann blöd, dann habe ich wieder, weil hier kann ich ja kein Regal mehr herstellen. Aber ich würde die Kuchen dann alle in eine Linie bringen. Oder dann doch den Zucker, weil es kommt noch ein Zucker mit dazu. Dann hätten wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist dann das Gleiche, ne? Wenn dann noch ein Zucker mit dazu kommt, dann hätten wir siebenmal Zucker. Ist ja doof. Na gut, die Kartoffeln vielleicht irgendwann nochmal auf einfach reduzieren, das sollte ja auch reichen. Weil irgendwie habe ich gerade aktuell den Eindruck, dass doch nicht mehr so viele Kartoffeln gekauft werden. Das kann aber auch täuschen. Okay, Müsli. Müsli, Müsli. Würde ich sagen Schoko, Nuss, Biene. So, dann lasse ich den nämlich mal das einräumen. So, Schoko. Ich müsste dann nur die da raus tun, ne? Bin ich jetzt auch doof. Na gut, dann machen wir sie mal so. Schlicht mir das jetzt einfach mal hier um. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist jetzt egal. So, dann können wir das Nussmüsli raus tun. Da würde jetzt wahrscheinlich gleich losrennen. Das kommt natürlich dann da rein. Und dann müssen wir auf jeden Fall den Tag mal laufen lassen, ne? So, einmal hinstellen. Dann mache ich gleich nochmal die Schilder weg. Dann hört das schon mal auf. Dann können wir die hier raus tun, weil da ist ja nichts mehr im Regal. Reicht auch optimal noch. Hoffe ich. Und da dürfte eh nichts mehr drin sein, aber ist egal. So, dann hätten wir das umgeschlichtet. Und dann machen wir das einfach so. Dann schlichten wir die Kuchen da drüben rein. Mache ich vielleicht jetzt nicht unbedingt. Lassen wir erst einmal den Tag laufen. Das ist, denke ich, immer sinnvoller. Aber was ich noch machen möchte, ist, und zwar hauptsächlich das Eis. Das wollte ich hinter die Kassen stellen. Lassen wir mal den Tag laufen, dass wir Geld reinkriegen, weil sonst ist das nichts. Das kann zwar sein, dass jetzt halt mal das ein oder andere Produkt leer geht, aber ist okay. Es fehlt halt jetzt halt einfach nur das Geld, um die Menge zu füllen. Kannst du die jetzt werfen? So, halt eher da hin. Ja, das machen wir so. Dann bringen wir den Kuchen hier rüber. Kann ich ja eigentlich anfangen, ne? Oh, stimmt, wir haben ja das auch noch, ne? Nutella und den Honig. Nutella und Honig, wenn wir dann da mit reinbringen. Und dann vielleicht eher die Schoki-Sachen. Wie viel Schoki ist es denn noch? Bücher, Katzen. Chips. Das ist Dosen. Ich weiß jetzt eben, Nadine muss Snugget geben. Ihr könnt es mir gerne mal reinschreiben, wenn ihr das schon wisst, was das ist. Ob das jetzt Schoki ist, weil Kuchen, Kuchen, Chips, Snugget. Könnte sein, dass das auch eine normale Schokolade ist, ne? Und kein Kuchen. Bücher, Biere, Whisky, Wein. Und da sind dann nochmal Schokoriegel. Es wären dann zwei, jetzt gehe ich mal davon aus, noch, dass es jetzt kein Kuchen ist, sondern eben nochmal eine Schoki. Dann wären es zwei, drei, dreimal Schoki, die noch hinzukommen. Und wir hätten ja mit den Süßigkeiten, hätten wir dann insgesamt fünf. Das würde dann sogar da ganz gut passen, ne? Dann könnte man nämlich auch den Honig und das Nuss-Nugget, könnte ich da ganz hinten rein tun. Und dann, dass ich das auf ein Regal verteile. Also nur auf eine Hälfte verteile. Dass wir jetzt zum Beispiel hier unten das Nuss-Nugget machen und hier oben drüber dann den Honig. Das müsste ja eigentlich reichen. Hoffe ich. Muss ich nur ein bisschen mit anpacken, weil die Jungs, die sind eh schon überfordert. Ich tue jetzt mal hier raus, was geht. Kann ich dich hinstellen? Ja, geht sogar. Dann mache ich dich nämlich mal weg. Oh, Kasse, komme, komme, gleich, komme ich, äh, ja, ich, ich gehe hin. So, zack, äh, servusler, hups, was war jetzt das? Guten Tag, einmal Kartenzahnung. Hallo, Heidi, na, wie geht's? Alles schick im Schritt. So. Äh, zwei. Dann machen wir hier mal weiter. Okay, die geht nicht ganz rein, aber ist egal. Kann ich dich hinstellen? Ja, dich kann ich hinstellen. Äh, jetzt. Ah, verdammt, ich habe jetzt gehofft, dass ich das... Naja, gut. Dann schmeiße ich dich jetzt mal da hinten hin. Entweder läuft der gerade hin und füllt auf oder nicht. So, da haben sie jetzt nichts mehr im Regal, also insofern ist es wurscht. Normalerweise sollte das dann auch reichen. Machen wir hier noch, na, gut, das geht nicht leer. Das ist blöd. Aber kann ich dich hinstellen? Ja, ne? Oder werfen, je nachdem. Und lass mir das jetzt eben mal leer werden. Ach so, äh, ich war etwas abgelenkt. So, 137. Jetzt geht es natürlich ein bisschen mehr bei so vielen Kunden. Jetzt bin ich eher mal gespannt, wie viele Kunden das sind. Weil wir hatten ja den Tag gestern laufen lassen. Und, ähm, dann haben wir umgebaut. Und seitdem haben wir ja den Laden nicht mehr geöffnet. Also, ich bin mal gespannt. Das waren vorher die 87 Kunden. Wie viele es jetzt sind. So, 55. So, 136. War's das? Ja. Das war's. Machen wir mal Licht. Äh, hups, Entschuldigung. Was haben wir denn noch? Cola und so weiter. Ach ja, hinten muss ich mal nachgucken. Weil da, da füllen die ja nicht auf. Da muss ich ja. Ah, jetzt zappelt schon ein wenig. Das kann natürlich jetzt schon mit, mit einwirken, dass wir hier, äh, so viele Kunden haben. Oh, vielleicht lieber normal durchlaufen, nicht rennen. So, ich bin gleich da an der Kasse. Sekunde bitte, Sekunde. Ja, das wird auch wieder umgestellt, dass ich da, ähm, Ruhe habe. Ist hier irgendwas leer? Ja, ja, das, äh, die blauen Fässer, ne? Das Laucherbier. So, machen wir mal schnell hier die Kunden fertig. 75. So, einen Dollar, bitteschön. 173. Ja, Heidi, da bist du ja schon wieder. Hast dich nochmal schick gemacht für mich, ja? So. Und die Doppelgängerin auch gleich. So, zack, zack. Äh, 5. Bitteschön. Hähnchen. Jungs, was ist denn los? Soll ich die Peitsche rausholen, dass ihr mal hier ein bisschen in die Sandaletten kommt? Ein bisschen schneller werdet. So, 1,5,6. Ähm, holen wir mal schnell den Weichspüler. Also, es schaut für mich immer aus wie ein Weichspüler. Ähm, schmeiß dich jetzt mal nur auf die Seite. Ja, ja, immer mit der Ruhe, Leute. Ja, wollt ihr mich veräppeln? Der nimmt gleich 6 Stück von den Dingern raus. So, äh, Karte. 12. Gemüsemischung. Ja, also es wird auf jeden Fall notwendig, jetzt, dass wir alles doppelt platzieren. Das hängt aber dann auch wieder mit dem Geld zusammen, weil wenn wir kein, kein Geld haben, jetzt haben wir wieder Geld drin, aber wenn kein Geld da ist, dann können wir natürlich auch nicht äh, die Regale aufstocken, ne? Also die Mengen hier aufstocken. Aber es ist, es ist deutlich besser von den Mengen jetzt her. Das Dumme ist halt, du hast nicht den Lagerplatz. Ich, da kann dich mich jedes Mal drüber aufregen. Man hat den Lagerplatz nicht. Im Grunde, wenn ich hier vier, viermal die Nudeln hier verteilt habe, hätte ich dann auch gerne vier Kartons mindestens im Lager. Für jeden, jedes Regal, im Grunde ein, einmal den Vorrat noch, ne? So möchte ich das eigentlich haben. So, schmeißen wir mal ein Papier rein. Oh, ich hätte jetzt gedacht, es geht rein. Äh, C, G. Also. So, da geht kein Gernzer rein. Schauen wir mal, der Angefangene. Oh, kommt bei mir sogar noch einer. Hallo. Na, schöner Einkauf. 213 Dollar sind. Wunderbar. So, versteckt sich hier noch irgendwo ein Kunde? Hängst du da hinten fest? Ne, ist okay. Na gut, dann beenden wir mal. Schauen wir mal, was die Statistik sagt. 86 Kunden. Jetzt hätte ich gedacht, ach so, das ist jetzt gekoppelt ja mit dem Supermarktlevel, ne? Das ist jetzt nicht mehr gekoppelt an das, wenn man den Laden ausbaut, sondern an Supermarktlevel. Deswegen habe ich wahrscheinlich immer noch so um die 86 Kunden. Ja, ist okay. Guthaben von 7.771. Schöne Zahl. Machen wir mal den nächsten Tag. Wir haben ja schon Tag 208, ne? Soda und Spaghetti. Beim Soda weiß ich eh wieder nicht, welches das da gemeint ist. Da gucke ich immer nie so drauf. Wenn das da oben eingeblendet ist, steht ja immer da, was für ein Soda, aber ich schnappe dann immer den ersten Begriff auf und dann war es das. Also ist egal. So, 7.400. Wir können jetzt... Aha. Sind wieder überall nur zwei Stück drin, ne? Wir können jetzt... Wir können jetzt, wir können jetzt... Also im Grunde würde ich sagen, schauen wir erst mal, dass wir das Regal hier wirklich voll haben. Ich habe ja da oben auch nichts mehr, ne? Es fehlt halt alles. Ich glaube, ich muss erst einmal hier wieder einen... ...nen Status reinbekommen, dass ich von allen Artikeln... ...alles drin habe. Tausend. Alter. Alter. Das ist viel. So. Ja, da kommt schon was zusammen. Wir können mal kurz gucken. Toi-Papier. Ja. Hatte ich jetzt da noch ein blaues oder ein grünes? Oder grau? Passt. Okay, das brauche ich nicht auffüllen. Dann lasse ich nämlich die Jungs jetzt erst einmal machen. Die lasse ich jetzt erst einmal das verräumen, was da ist. Wir kümmern uns jetzt mal hier rum. Da muss auch unbedingt was gemacht werden mit dem Zeug. Wodka ist auch leer. Reiniger. Nächster Karton leer. Okay. Ich mache mal zuerst. Ich will nicht, dass das wieder das Ruckeln anfängt. Ich meine, das ruckelt ja eh schon, aber... Ja, gut, hätte ich das Toilettenpapier auch zumachen müssen, ne? So. Die Reiniger. Da habe ich nichts mehr. Achso, du bist leer. Leerer Karton. Ich habe schon gedacht, jetzt habe ich ja nur dahingeschmissen an zwei. Da haben wir noch vier Stück drin. So. Von den weißen habe ich... Doch, da habe ich es ja noch. Gut. Das Grüne muss man halt dann bestellen. Aber da muss ich eh im Lager noch darauf achten, wie ich das mache. Okay. Ähm, warte mal. Ich mache mal hier zuerst. Auffüllen. Äh, nein. Das ist offen. Äh, der hat das... Verdammt. Da war ja nur noch ein einziges Glas drin, ne? Okay, das hätte ich nicht ins Regal werfen dürfen. Blöd. Aber hier geht's. Hier geht's. Das kann ich wegmachen. Dann kann ich nämlich auch den Honig wieder ins Regal schmeißen. Und hier geht's halt leider nicht. Ich meine, ich kann hier noch rausnehmen. Aber habe ich zwei Stück bestellt jetzt? Ne, habe ich nicht. Gut. Dann lasse ich den nämlich einfach hier stehen wieder. Oder besser gesagt da hinten. Dann kommen die jetzt da erst einmal nicht ran. Wir können das hier bestellen. Wir können hier einmal bestellen. Hier können wir einmal bestellen. Hier auf jeden Fall einmal. Passt. Am Regal zu bestellen ist auch nicht schlecht, ne? Hier brauchen wir mindestens zwei Kartons. Hier einen. Wird's wahrscheinlich Ende sein jetzt dann gleich. Pfeffer sollte ich eigentlich noch haben. Denke ich. Ja. Das war's dann. Gibt halt bei Re-Stocker. Ähm, hier. Und das wahrscheinlich auch, oder? Ne. Das nicht. So, jetzt haben wir hier zwei, vier, sechs, acht. Und das haben wir noch. Jetzt, wenn wir die Schoki hier reinmachen. Das sind ja fünf, ne? Oder wollte ich jetzt die Kuchen machen? Oder wollte ich jetzt die Schoki machen? Ich weiß es nicht mehr. Aber wie viele Chips sind es denn überhaupt noch? Es sind noch zweimal... Also zwei Chips haben wir da, ne? Das wäre ja kein Thema. Aber da war doch auch nicht mehr viel. Ich sag ja, ich hab mir hören wie ein Sieb. Deswegen muss ich auch so oft nachschauen. Schokoriegel, Zucker, Joghurt. Also hier ist nichts mehr mit Chips. Aber hier war noch einmal. Das wäre dann drei. Und das sind alles Bücher. Außer, wir machen hier die komplette Reihe nur mit den Büchern. Weil ich bekomme leider hier kein Regal mehr hin. Die komplette Reihe mit Büchern. Und das... Hups. Und das Zeug dann eben doch wieder hier raus. Und da rein. Vorläufig. Weil ich denke mal, dass gerade das mit den Reinigern und so weiter, wenn ich die Ecke da hinten noch weg habe, dass das dann eben alles mit Reinigern ist. Vermutlich. Na gut, aber ich wollte ja das eigentlich noch mit euch machen hier. Und zwar sollen die Eistruhen hier ans Ende von den Kassen... Im Normalfall hast du ja neben den... Oder direkt an den Kassen ist ja dann immer hier nochmal so... So Regal rein mit Süßkram drin. So diese Schnelldinger, die man halt dann nochmal so mitnimmt. So, von daher hätten wir dann hier eben Eis, 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 Eis. Wobei wir nur... Wir haben ja nur drei Eis, ne? Aber ist egal. Wir kaufen jetzt einmal noch... Oh, wenn ich es ja noch offen habe, kann ich nochmal gucken, ne? Das macht mir immer noch zu schaffen. Da bin ich mal gespannt, ob ihr mir das reinschreiben könnt. Ob das Eiskuchen, Schoki, was das ist. Aber es kommt keine... Kein Eis mehr dazu. Also wir haben tatsächlich nur dreimal Eis. Es kommt auch nichts mehr fürs Tiefkühlfach mit hinzu. Also da ist auch Ende. Also nichts mehr Tiefkühlung. Das heißt, alles was wir jetzt an Tiefkühltruhen machen... War es dann. So, wir brauchen eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Truhen insgesamt. Zwei, vier, sechs haben wir. Das heißt, wir bräuchten nochmal sechs Eis-Truhen. Dass wir dann wirklich alles jeweils... Was machst du denn? Jeweils in einem... Ding, sie doppelt drin haben. Die Frierschränke habe ich ja draußen keine mehr. Ich habe ja nur noch Kühlschränke draußen stehen. Von daher... Machen wir das jetzt einfach mal. Das sind 2400. So, kauf. Passt schon. Wenn der hat, verkaufe ich es halt wieder. Na, ich bin mir nicht sicher, was das Ruckeln angeht hier. Diese immer wieder mal Bildhänger. So, aber wenn ich jetzt keine vier Eis habe, was tue ich dann in die vierte Truhe rein? Die Kartoffelbällchen? Kann man die auch lutschen? Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier? Bonbeck, jawohl. Gut, dann tun wir das jetzt einfach mal hier rein. Das habe ich mir gedacht, dass das jetzt nicht ganz rein geht. So, was haben wir hier? Da haben wir dieses Dingsbums-Eis hier. Das geht nicht mehr rein. Dann tun wir das einfach mal hier raus und tun das dann da rein. Da habe ich ja, glaube ich, auch nichts mehr auf Lage. Kann ich dich hinstellen? Nee, dich kann ich jetzt wieder nicht hinstellen. Das ist nur die Frage, ob da... Nee, kommt niemand. Gut, dann kann das ins Regal. Das kann weg. Dann holen wir uns das Maxi-Dingsi hier. Was bist du? Du bist Pizza. Du bist Bohnen. Was bist du? Ah, da haben wir es. So. Occupied by Restocker. Warum? Nein, da drauf. Also von hinten halt, wenn ich wieder rangehe. So, hier. Zack. Und dann hatte ich doch hier auch noch mal Eis gelagert. Doppelt platziert hier. Genau, das habe ich ja doppelt platziert. Also danke auch noch mal für den Hinweis. Das habe ich wieder nicht mitbekommen. Ist egal. Lassen wir jetzt einfach mal so. Da tue ich es raus. Sonst bestelle ich Düdel. Das nehme ich noch mal. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier die... Die... Ja, entweder die Kartoffel-Dinger. Diese hier, die ich jetzt gerade nicht da habe. Oder dann eben die... Diese hier. Ja, das können wir auch machen. Schaut ähnlich aus wie Eis. Da seid ihr. Da passt echt viel rein. So, wenn es halt überall wäre. Wenn du wirklich hier so einen richtigen Arschvoll an Ware reinbekommst. Jetzt hör doch mal auf zu ruckeln, Mensch. Das macht mich ganz kürre. So. Dann kann ich das im Grunde ja löschen. So. Ja, ist doch okay. So, jetzt ist da nur die Frage. Dann würde ich eben sagen, dass wir Hähnchen in eins machen, Pommes in eins machen, Pizza, Gemüse. Das ist genau das teure Zeug jetzt halt, was wir... So, ich mach das jetzt mal hier. Freezer. So, wir brauchen auf jeden Fall zweimal Hähnchen für das Eisfach. Zweimal fürs Regal. Mindestens eine fürs Eisfach. Zwei fürs Regal. Fangen wir mal mit dem Zeug an. So, dann machen wir nämlich... ...dat Ding hier. Für die Chicken. Oh nein. Warum kann das hier nicht geworfen werden? Ach, jetzt hör halt auf. Also, das sind auch so Dinger, ne? Dass dann plötzlich nicht mehr das möglich ist mit den... Bitte nicht da hinten, bitte nicht da hinten, bitte nicht da hinten. Ätsch. Kannst du da abziehen. Jawohl. Gut. Dann haben wir nämlich da Chicken, da haben wir Pommes, dann sollen da... Keine Ahnung. Die Kartoffelbällchen zum Beispiel rein, die würden ja dann neben die Pommes passen, ne? So. Pizza, Pizza, Pizza. Dann auch noch Pizza. Ja, dann lasse ich das jetzt erst einmal hier so stehen. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich es anders hinpacken soll. Gemüse, Pizza, Pizza. Ja, auf so zu ruckeln, ey. So. Dann schmeißen wir den Big Tony. Ich weiß jetzt nicht, was ich da an Vorräten noch hab. Da hab ich gar nichts, ne? Da unten hab ich noch... Das ist die Pizza-Mix. Ähm... Ja, ist ja egal, ne? Kann ich ja dann da rein tun. Dann tue ich halt nicht den Tony da rein. Kann ich dich wegschmeißen? Oh Mann. Jetzt kommt der bestimmt wieder. Ja, dachte ich mir schon. Gucken wir mal, wo er auffüllt. Weil es ist ja nur noch der zweite Karton hier. Muss das jetzt sein? Kannst du nicht da erst einmal voll machen? Du bist ein Humble. Hörst du auf? Achso, da hat nur noch eine gefehlt. Ist in Ordnung. So, dann können wir... Occupied by Reestocker. Komm, schmeiß den Karton weg. Jetzt. So, dann können wir das nämlich wegmachen. Dann hätten wir schon mal die... Der Dingsbums da. Der Niro. Oder wie auch immer. So, und dann haben wir... Dann haben wir, dann haben wir... Da. Da sind noch 32 Stück drin, ne? Na gut, aber wir können... Das war jetzt halt nicht... Das ist der hier, der Big Tony, ne? Und tun wir doch das einfach mal da rein. Weil dann kümmert sich nämlich mein Flachmann da vorne um das Auffüllen. So. Dann stellen wir mal die Kühltruhen hier noch her. Für jetzt ist es auf jeden Fall gut. Ich bin ja mal gespannt. Es ist ja in den... In diesen Update-Infos ist ja mit angegeben, dass auch Deko und sowas mit dazu kommt. Also Pflanzen oder was weiß ich was. Würde mich auch mal interessieren. Ich meine, hast du ja eigentlich im Supermarkt nicht wirklich, ne? Aber trotzdem finde ich es ganz nett, wenn irgendwo was dekoriert wäre. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch die Käse-Pizza... Yum, yum. Die müsste ich jetzt halt noch rüberbringen. Aber haben wir nicht. Muss ich erst einmal bestellen. Na gut. Da können wir ja dann beim nächsten Mal weitermachen, würde ich sagen. Dann können wir beim nächsten Mal erst einmal die Kühltruhen hier noch machen mit dem Geld, was wir haben. Dann lassen wir auch wieder einen Tag laufen. Und dann schlichten wir weiter. Genau so machen wir das. So, ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Lasst auch ein Abo da, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.